Einen ganzen Tag hat die Anreise gedauert. 3000 Kilometer bin ich jetzt von zuhause entfernt. Der beste Beweis dafür, dass Longyearbyen mitten in der Natur liegt, der steht da drüben. Das sind echte Rentiere, die leben hier in Longyearbyen ganz normal zusammen mit den Menschen. Mitten im Ort, das ist Alltag. Der Eisberg da vorne in einem wunderbaren Blau. Ich weiß nicht, ob man das hören kann, aber es knistert. Und das, was Sie hier hören, das ist wirklich die Ruhe der Arktis. Einfach mal genießen. Das war's in der Arktis. Das war Wolke im Eis. Und das Erste, auf was ich jetzt freue, ist auf eine heiße Dusche. Tschüss, bis bald. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020